Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Mixplay von Rift Wars. Hier mit dabei ist Schilder Luke, welches ihr kennt von dem ersten Mixplay. Nein, ich nehme mal die Logos. Das ist die Fortsetzung. Also ich habe das Match gestartet, den ersten Mixplay noch. Ich habe dann die Wand abgefroren, weil die Zeit um war, vom Bundy-Campings. Und jetzt ist die Wand. Ich muss mich kurz füllen. Das ist das, wieso kann ich mich nicht füllen. Das ist nur die Lüge, das wird abgesetzt. Das ist ja toll. Nein, Mann, was hat er? Nein, ich habe gebrochen. Nein, nein, Mann. Okay, das war natürlich eine schlechte Idee des Lebens. Ja, das war ja wie die Hörer. Die Hörer, 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 die Hörer. Ich sage jetzt, das sieht aus. Das ist doch geil aus. Nein, doch Gott. Da hat keine Hörer, die Hörer, die Hörer. Ja, mein Gott. Nein, 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 nein. Das ist auch nicht mehr Hörer. Schaut mal. Ich habe mich nicht mehr auf den Hallen. Ich habe die Hörer, die Hörer, die Hörer, die Hörer, die Hörer und die Hörer. Und dann hol ich mir Facesack und dann mach ich mir was. Weil ich hätte jetzt schon über viele, viele Sachen. Und dann brauch ich's durchführen. Nein, man, diese Style hat man, ich durfte nicht abholen. Ich bin auf seine Faust gegangen und auf seine, ähm, fast 25. Und das war schon auf die Gäuse. Ich wollte eben fast, wohl nur die Alien. Ja, okay. Ähm, wie wir'd. Ich werde das auch in den Spendien, – ich werde lustig aus dem Mist, ich лайel. Es geht um noch, ab zu einem Wachsinn. macht ich mache vielleicht heute noch mit Leon Wattenspiel äh mit Leon, ich gesagt auch so wie Marlona weil das Spitzklaue ist und nur mit Spiel ähm ne eigentlich nur mit Leon also falls ihr kennt Leon Wattenspiel ähm ähm und vielleicht auch äh wie wissen Schlima, was das ist ist der gar nicht so ähm ist der ein schwarzer ein schwarzfarber und ich muss nur achten oh ja und so boah das war doch ein Rückshot und aber schade dass man so nicht spielen kann und so man 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 manche machen so Maps wo man von außen so ein Reichen schenzen kann ich weiß gar nicht wie es geht wenn man so ne Map stellt und dann weiß wie es geht dann würd ich das machen und dann würd ich den in den kleinen Bras spüren ja und wie dann bleibt so so ach ach man kann es nicht so nein das und das und das und das nein ach man da holt mich auch der fisch ja nein ja nein du du und dann mach es mal rum und ich bin zu äh oh so ist ne Akku und das und dann das und dann die 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 Wir haben einen Freund, wenn man sagt, dann macht es einen Punkt. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo ist. Und einen Punkt. Und Daumen hoch. Ja. Noch 10 Quilz, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich gewonnen. Das ist wie wir eine Verwaltung derелиere Anwender haben. Ich würde mich sehr aufgeben. Ich würde mich machen, was er wird. Ich würde mich nicht nur in den Eintritt zu sehen. Ich würde mich auf dem Eintritt zu machen. Und da war es nicht. Ich würde mich nicht mehr so freuen, wenn du dich nicht mehr so will. Ich würde mich nicht mehr so freuen, wenn du dich anst. Das war's zwei Mal. Ja, von euch Prämium schreibt es in die Comments und dann haben wir auch gesagt, dass ihr dann adden könnt, dass ihr dann bald zusammenspielen und auch Skype entspielen. Das hier ist voll. Es gibt noch drei Filz. Nein, doch schon. Es gibt noch drei Filz. Zwei. Noch 30 Sekunden und zwei Filz kommen. Ich hole noch diese zwei Filz. Ja, ein Filz noch. Und ich achte rein. Yes. Das hat doch Spaß, genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.